Hey Leute, Toni, der Tutor. Mit mir geht's um Sachen, die wird falsch gemacht werden. Und ich dachte heute wegen Alternative. Also wenn man zwei Sagen hat, dann sagen manche und die andere Alternative. Aber das ist eigentlich, ergibt das keinen Sinn. Weil die Alternative ist schon die andere. Also das steckt in dem Wort drin. Und dann macht das eigentlich nicht so viel Sinn, wenn man sagt die andere Alternative, sondern einfach, also Beispielsatz. Wir können morgen angeln. Die Alternative ist kegeln. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Toni, der Tutor.